Das ist ja der sehr zutrauliche Panther noch. Das hier nehmen wir einmal mit. Das Blutmoos. Das nehmen wir auch mal anders mit. Wir haben Lurk bis später. Okay, bis später Nanaki. Und viel Spaß im Lurk. Wie ein komisches FF40. FF40 kommt ja auch erst später. Wobei ich heute tatsächlich vorhabe. Ich weiß ja nicht, wie lange ich, wenn Kaya denn noch kommen sollte. Wie lange wir DBD machen. Aber ich habe zumindest vor, vielleicht bis 3 oder 4 FF40 zu machen. Ich weiß ja nicht, ob ich es schaffe. Weil ich ja schon relativ müde bin. Aber ich habe 2 Energy am Start, deswegen... Ich bin, äh... hoher Hoffnung. Ich hoffe und bete. Und bete und hoffe. Die Hütte sieht bewohnt aus. Aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Äh... Brauchst du den Zeitplan für den Tag? Oh Gott. Oh Gott. Gute Frage. Warte ich nicht. Brauche ich den? Wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Wenn ich ihn hätte. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich brauche. Ich habe überhaupt noch gar keinen Überblick verschafft. Bei FF40 heute. Ich wollte ja eigentlich sowieso den halben Tag privat mal spielen. Aber wir waren leider den halben Tag auch unterwegs. Ungeplant. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wollte ja eigentlich viel mehr heute den FF40 machen. Wollte eigentlich auch viel eher anfangen zu streamen. Äh... Kann ich hier links posten? Äh... Warte. Ich kann dir, äh... kurz für 60 Sekunden dann... das machen. Ich muss nur gucken. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt wieder hinkriege. Äh... Jetzt ist wieder die Frage... Lass mich kurz ausprobieren. Dann kriegen wir das irgendwie hin. Warte mal. Ich glaube, ich hoffe... Jetzt darfst du. Jetzt kannst du. Jetzt wirst du von meinem Bot nicht gesperrt für 60 Sekunden. Danke. Wollen wir direkt öffnen? Wie... So... Hm... Sehr cool. Ich bin echt mal gespannt, wie lange ich durch hatte. Wahrscheinlich nicht so lange, aber ich hoffe... Ich war einfach aufs Beste. Dann bis 4 Uhr wär ja eigentlich schon geil. So... Äh... Geöffnet ist es! Kann ich dann später mal rein... Nur mal reingucken. Und... So, das müssen wir uns gleich alles angucken. Die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Er hat heute beim Klavierkonzert extrem getreut. Echt? Zu staub zermahlene Knochen. Aber ich hätte... Ganz ehrlich, ich hätte es nur gerne gesehen. Aber wir waren da gerade unterwegs. Ganz theoretisch war der Tag heute sowieso ganz anders geplant. Aber war trotzdem ein schöner Tag. Ich will ja nicht nur meckern. Oh Gott, die Katzen drehen oben schon wieder durch. Ich bin so bescheuert! Hey Luna! Schön, dass du reinschaust! Und... Wieso bist du bescheuert? wird aber clips davon auf youtube einfach okay muss ich unbedingt mal machen zu 40 euro für ff innerhalb von zwei tagen alter luna hast du geld zu viel so viel habe ich noch nicht mehr auf dem konto ja okay gut ich würde nicht sagen dass du bescheuert bist aber es ist schon heftig also einmal vorbestellter ich kann es doch nicht ich muss gucken wie viel ich im monat inne habe vor allem ich will mir noch das neue zählst auf vorbestellen aber es scheint als hätte ich einen weitgereist zwei spiele die ich mir vorbestellen was suchst du hier ach deswegen hat uns der panther nicht angegriffen ich habe schon beim konzert dabei und wenn doch dann solltest du wissen dass du deine zeit verschwendest die alten legenden hat sie dir deine oma nicht erzählt selbst für mich die hexe vom luchsfelsen wäre es kaum zu schaffen die macht der liebe und der sehnsucht zu besiegen ich habe mir überhaupt immer den link gesendet danke vielen lieben dank schaue ich mir das auf jeden fall mal an während eben dass es morgen ist die es auch so nicht erlebt hast die sind verdammt gut na gut ja mal gucken wie ich das am besten mache noch geht es alles mit der müdigkeit noch passt das um den fluch kümmere ich mich ich halte so nicht wie lange ich durchhalte dann mal los viel glück dabei du lässt mich gehen einfach so es gebe kein besseres ende für diese kleine geschichte die besuchszeit ist um leb wohl auf nimmerwiedersehen die frau ist creepy sehr sehr wiki wiki okay das sind blutigen baum zurück warte mal mich irritiert dass du eine grüne die die aber ganz kurz weg machen warum ist es da kann ich mir in den pantai die man mal anguckt die gute dame hat abgeschlossen ich nehme mal an das wäre nicht sinnvoll darunter zu steigen hier können wir runter wer geht auch schon den normalen weg wenn man hier so schön elegant unterfladen kann hier ist es noch so schön über stock und über stein das ist noch nicht so schön ich glaube schräger als ich kannst du sowieso nicht singen ich glaube selbst in mir vertrefft besser die töne als ich Es gibt sogar einen Clip von meinem Gesang. Viel Spaß mit dem Lörck auf jeden Fall. Ja, ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis. Vielleicht erfahre ich es ja auch irgendwann. Dächeln, wir sind zurück. Und du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Daphnes Tuch. Wir nehmen es, um den Fluch zu brechen. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich vier Feuer für die vier Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Wow. So, äh. Ja, sehr schön. So. Kann ich denn da irgendeine komische Spieleinladung bekommen? Ich schwebe doch! Wache, das ist... Okay, warte. Nehmen wir an. Wir brauchen... Hier. Die Welt um dich. Sie dreht sich weiter. Der Südwind trägt herbei das Licht. Okay, es geht doch ganz einfach so. So ein kleines Feuerchen entzünden. Es wird uns doch ganz warm und zerren. Im Herbst den Sommer nicht. Hab ich auch noch? Der Nordwind den Winter zu uns bringt. Der Westwind voll Sehnsucht einen Namen singt. Daphne, kehre wieder. So unbedingt. Okay, ja. Ja, das kläre ich insoweit. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Sieh nur, ein Tuch. Der Beweis eurer Liebe füreinander. Und gleich liegt der toter Boden. Oder wir. Oh Gott, Daphne. Warte mal. Wir haben doch noch Geisteröl, ne? Nein, das ist Dalkonienöl, das ist Wässchenöl. Geisteröl. Das und ihren. Gut. Aua. Das und ihren. Aua. Das, mein starker Geist. Ganz schlägt das mir. Ja, ne? Die Flügel. Was ist denn hier passiert? Ich könnte bei Germany's Next Topmodel mitmachen. So elegant war so. Ich habe sie aus ihrem Gefängnis gezerrt, nicht befreit. Der Schock war zu groß. Er setzte ihren Zorn und Schmerz frei. Heilige Scheiße. Das hat man davon, wenn man einen Puscher beauftragt. Boah. Zumindest ist der Schmerz verflogen und sie muss nicht mehr in den Baum leiden. Nimm dein Geld und verzieh dich. Mh, der einzigartig. Ja, sowas gibt es selten. Was es aber häufiger gibt, sind diese Menschen, die einfach unzufrieden mit einer Arbeit sind. Oh Gott. Was dachtet ihr denn, was sonst passiert? Hätts ihr besser machen können. So. Okay, da müssen wir hin. Plötze. Plötze. Was tust du da? Das erste Mal, dass wir jetzt hier bei Nacht durchreiten. Ne, einmal waren wir, aber da sind wir irgendwo hin teleportiert. Und diese eine Quiz würde ich auf jeden Fall noch fertig machen. Und jetzt kriegen wir einmal direkt hier rüber. Oh ja, ich will die E-Kartenpflanzen schon. Boah, Alter. Soll man euch eigentlich so schnell ausweichen? Ihr seid ekelig. Das stinkt. Das ist die falsche Plante. Nein, 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 nein. Ein riesiges Beugel. Wieso? Das war alles auf einmal genommen. Kommt doch so ein Viech, oder was ist das? Nö, das war's. Sehr schön. Hm, ein Brief und ein Schlüssel. Offenbar wurde er von einer Archerspur getötet. Interessant. Lies die Notiz. So fällig durch, denn ich würde keinen Versagen. Erscheine morgen am abgesprochenen Ort und tue die nächste Lieferung. Ja, ich glaub, das lief nicht ganz viel geplant mit der Lieferung abholen. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Nehmen wir nochmal mit. Da sind auch noch ein paar Kisten. Nehmen wir mit. Und auch das hier nehmen wir mit. So, dann bleib du noch ein Ort. Gerard weigert sich aufs Pferd zu steigen. Wäre cool, wenn wir es noch schaffen, dass wir drei Tage oben sind, damit wir uns unser früh renoviertes Haus ansehen können. Das wär cool. Wir haben vorhin ja ausrenoviert. Dieser Weingut. Hey, du da! Mit dem Schwerter noch zu drücken. Ja, ich geh ruhig beim nächsten Mal. Ich will jetzt nicht zu viel durcheinander machen. Wir haben eh schon 30.000 fest. Irgendwo tut mir plötzlich ja leid. Ja, ich will ja nicht 30.000 Mal miteinander meditieren. Ich will ja auch was schaffen. Ich will ja nicht drei Tage da umsonst einfach umsitzen. Ich kann ja immer nur zwölf Stunden meditieren. Diesmal versuche ich auszuweiten. Ich schaffte das ehemig gut, ne? Au! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Hier geht die Zeit automatisch. es gibt noch leute die sich bei mir bedanken das ist aber selten da jetzt eine runde drin plänschen zu lösen mal gucken wir reiten das wo sie hier hin das war ein sehr komische bewegung von plötze gibt ja auch so ein zwei bugs mit plötze glaube ich wo sie dann in der luft fliegt ich habe so einfach leider noch nicht erlebt wäre glaube ich witzig gewesen keiner mehr fahrende händler die wunderschöne brücke gut da war eine unsichtbare wand hier wieder eine unsichtbare wir sind doch vorhin da noch rüber geritten besser vorhin rüber geritten plötzlich und plötzlich nicht mehr durch ich habe ein paar sekunden vorher noch von geredet plötzlich kommt nicht mehr über die brücke sehr schön nett kommst du mit neuigkeiten vermentino kann den normalen betrieb wieder aufnehmen wirklich das ist ja herrlich mich trennt nur noch ein schritt von belga ich weiß gar nicht wie ich dir danken soll hier deine belohnung moment was ist mit mir und coronata wenn ich unterbrechen darf unter diesen umständen geht die aufsicht über belga an herrin matilda vorausgesetzt dass sie sie immer noch übernehmen will natürlich warum sollte ich das nicht wollen ich werde gleich alles erklären kommt mit es ist zeit dass wir belga besichtigen komm mit hexer irgendwie gefällt mir dieser bürokraten tor nicht vielleicht gibt es noch arbeit für dich warte ich bitte dich hilf mir sonst gehe ich pleite du musst dir coronata ansehen bitte gut mal sehen was ich tun kann hexer kommst du wir sollten uns ansehen was auf belga vorgeht wir treffen uns dort ich muss noch was erledigen immer diese katzen die am ende am fauchen sind okay was war jetzt bei ihm nochmal los wenn wir uns das auch nochmal angucken sollen das sind nochmal die gleichen Sachen ne nur an anderen orten ja komm warum nicht so viel zeit muss sein wie bitte gibt die erfahrung nicht ja du kannst doch weiterlaufen auch wenn ich gedruckt halte muss ich einfach stehen bleiben so rein die viecher schon wieder ich mag diese blumenviecher nicht komm her nur ab einem pflanzentod nur ab einem pflanzentod warum nimmt der nicht einfach unfrautvernichter ist doch angenehmer dann einmal das monster nicht zerstören ich muss die gegend zerstören wenn ich sie loswerden will und das hat so gemacht das nehmen wir mit das nehmen wir mit das nehmen wir ebenfalls mit ich möchte mal dass so ein v sich für mich öffnet wir haben das bisher nur ein einziges mal aus der ferne gesügt guck schon ich öffne dich für mich ich öffne dich nope der möchte nicht ich glaube die tiere mögen Gerard nicht ich wollte gerade sagen man kann doch wildpferden reiten aber ok wir werden wir werden runtergeworfen schade das ist ja nicht gerade weiblich aus nicht ach komm es sieht doch voll weiblich aus diese zart und sanften gesichtszüge diese sinnliche statur die lange haare die weilende mähne ist doch voll weiblich und der gang dieser 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 zarte hüftschwung dieser zierliche wand ja genau da ist halt ein halber elf mit drin äh ein halber zwerg mit drin weil zwergfrauen haben doch bärte Skoma Skoma ist da vielleicht auch mit drin Gerard auf Ohre ja ich könnte vielleicht auch hin kommen ich stehe vielleicht ich könnte vielleicht auch hin kommen ich finde das vielleicht schwer also nur noch ich kann einen Tranke unbedingt auch wechseln jetzt da fettes Körper auf dem boden ist blut viel blut nicht mit mir wundern wenn er die der rausgucken also gerade sagen man kann die pflanze anzünden noch irgendwas der hieb hat ihn nicht umgebracht er ist danach verblutet ja was haben wir denn da wenn du mich diesmal enttäuscht ziehe ich dir die fleckige haut ab hol morgen die nächste lieferung setzlinge aus dem gewächshaus es geht immer nur um die blöden setzlinge bei jedem einzelnen der brief ist doch nicht so tits und mein fund von folgen irgendein dritter macht ärger auf den beiden ich muss den ort finden von dem die rede ist ich finde ich finde etwas höchst interessantes hinter der tür zu der dieser schlüssel passt nehmen wir alles mit bei der wunscher 3 hält sich bisherigen grenzen dann war ich noch nicht fertig ja gut das ist eigentlich fast egal wenn wir jetzt dahin gehen oder in die anderen zu den anderen zwei die er so auf dem weg versteckt der schatz wo Da! Ich liebe dieses Schwert. Ich möchte ja kein anderes mehr haben. So wie die Rüstung. Die Zwiebel nehmen wir mit. Hier irgendwo ist ein Schatz. Da, ne? Super. Wahrscheinlich eh alles nicht schmieden, aber egal. Wenn man eine Zwiebel in der Tasche hat. Ja, wer weiß, wann du das nächste Mal eine Zwiebel brauchst? Es kann ja sein, dass Geralt Lust hat, einen Eintopf zu kochen. So unterwegs. Wobei ich mich sowieso wundere, wie Geralt all das mitkriegt, was wir im Inventar haben. Weil das netz ist, wenn du das nicht schmieden kannst. Ja, das ist ein Kugel. Das ist ein Kugel. Ja. Ja, das ist ein Kugel. Da wird es auch eine Kugel sein. Ja, das ist ein Kugel. Ich habe die Kugel. Die Zeit vergeht wieder. Wie im Fluge. Warte mal. Statt dem Trank hätte ich gerne da wieder ordentliche Nahrung drin. Oder warte mal, wie viel bringt die Zwiebeln? Ja, okay, die Zwiebeln bringt genau so viel. Packen wir die Zwiebeln mit rein. Dann gehen halt unterwegs immer rohe Zwiebeln futtern. Wer isst nicht gerne rohe Zwiebeln? So, Frühstück. Zum Mittag. Auf jeden Fall hält er sich so die Menschen vom Leib. Bei dem Mundgeruch, den er dann hat. Da kommst du erstmal mit so einem Zwiebelatem an. Da oben. Ne. Ne. Ah, da unten. Welche? Welche letzten Worte? Au. Alter, Gerhard griffst du aber voll ab. Dafür hat er aber keinen Arm mehr. Oh, was da rüber zu kommen, ohne zu schwimmen. Ja, super. Also, die wirkt fest, die zieht sich echt so ein bisschen in die Länge. Hm, die Steine sind ja cool. Oh, nö. Wie schmeckt dir das selber? Ist jetzt noch einer, ne? Ja. Hörst du auf mich, mich mit Fäden zu bewerben? Hab ich dir das erlaubt? Ja. Mensch ist Mensch. Ich bin eigentlich kein Mensch. Ei. Weit entfernten Sinne. Da ganz hinten. Ich glaube, der letzte Ort zum Glück. Pass auf, beim Ende müssen wir uns entscheiden, wer das gut kriegt. Weiter, Suchplätze. Quatsch. Quatsch. Wo reite ich denn hin? Man sollte nicht immer dem Navi folgen. Wir müssen den Punkten auf dem Navi. Oh, die unsichtbare Wand. Sie ist wieder da. Komm, hör auf. Wollte mir nicht sagen, dass da kein Pferd drüber kann? Unglaublich. Beweg dich. Ja, das klappt bis zur nächsten Brücke. Danach darfst du wieder nicht rüber. Vielleicht hat er plötzlich aber auch Angst vor Brücken. Weiß es. Lässt dich so schwer einschätzen. Bitte gerne pflanzen, bitte gerne pflanzen, bitte gerne pflanzen, bitte gerne pflanzen, bitte gerne pflanzen. Nee, sieht da menschen aus, oder? Ja, nein, vielleicht. Ah, okay, unten. Waren wir da unten doch schon richtig? Wie in der Filzweite. Du hast ja das wohl gerne. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Was stimmt bei dieser Frau nicht? Als du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Das wirkt so ein bisschen creepy. Ja, komm. Gehen wir. Geh voraus. Ich folge dir. Die ist ein bisschen unheimlich, die Älter. Minimal. Zumindest. Ja, komm. Machen wir. Sag mal, was du hast. Mit der Leerung. Fügt alle Fähigkeiten, mit denen Fertigkeiten entwickelt wurden, den Fertigkeiten zu, dass sie nur eingesetzt werden können. Fügt alle Fähigkeiten, mit denen Mutationen entwickelt wurden. Okay, klingt auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall schon mal gut. Gut. Bei den Neckarkrieger. Absurd. Das kaufen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir es schon haben, aber sicher ist es nicht. Okay. Hatten wir noch nicht. Danke. Bis dann. Okay. Wie gesagt, eine ganz normale Händlerin. Ja, ist selten, ne? Wer wäre Welten. Okay. Es ist da ganz unten, ne? Ja. 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 Wir wollen ja gleich mal schauen. Warte mal. Hm. Es dreht sich. Hm. Seltsam. Wie gesagt, ich kann gleich noch mal kurz gucken. Vielleicht kann ich es äh. Muss ich es aktualisieren? Ist ja manchmal irgendwie komisch. Die Technik macht oft, was sie will. Ah, jetzt! In der einen Stelle war es aber eben nicht ganz so bunt, ne? Wird jetzt eher wüstenartig, finde ich. Uh, hör auf. Lachen wir daran. Ah, okay. Jetzt ist es grad nicht mehr ganz so bunt. Wie da hinten. Wie die Stelle ganz am Anfang bei Witcher 3. Stimmt. So ein bisschen. Uh, hier kommt wieder eine Ortschaft. Hey da! Pass auf, wo du hin trittst! Armleuchter! Hm! Armleuchter! Wie nennt er mich? Es soll froh sein, dass ich ihm die Arme lasse. Dass ich ihm nicht erpacke. Okay, Zukunft stopp ihm das mal. Ne, der ist es nicht wert. Der ist es einfach nicht wert. Jetzt verlasse er Städte um euch von einem Jahr später mal. Wird auch nur, wie er eine Questreihe fertig kriegt. Ah, jetzt! Über diese Brücke kommt sie. Seltsam. Oder vielleicht liegt ein Zauber auf dem Brücken, dass man nur einmal rüber kann. Oh Gott, das Ding wie ich seit dem Arsch da will. Ne, hier lang. Hey, jetzt sag, dann hab ich wieder eine andere. Scheide dich doch mal. Geht man von hier aus die Großstadt noch? Ja, stimmt! Da vorne! Das ist die Hauptstadt. Da war eben wieder so ein riesen Sekt. Oh, wir sind gleich da. Wir kommen immer näher. Scharf links abbiegen. Ich bin ja froh, dass es hier keine Navi-Stimme gibt. Wenn sie sagt, bitte links abbiegen. In 300 Meter rechts. Bitte wenden. Bitte wenden. Ich glaube, dann würde ich durchdrehen. Aber ich drehe hier erst schon durch bei der Weglänge hier, aber... Jetzt noch ein bisschen in der Navi-Stimme, ey. Gott, wir hatten heute, als wir unterwegs waren, hatten wir auch einmal kurz das Navi an. Wir wollten uns das Navi unbedingt auf die Autobahn führen und dann nur so, bitte wenden. Bitte wenden. In 250 Metern, bitte wenden. Ich weiß nicht, ich hasse Navi. Navi sind so richtig scheiße. Wahrscheinlich so nervig. Das sind auch so guten Entspieler-Karten geworden. Was war das? Im Kurzzeit die Farbe verändert. Da rein? Nee. Hä? Ah, hier. Aus. Vor allem aus, au. Sachin, hier mal zu Hause. Palim, palim. Wo liegt einer? Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Warte mal. Oh, hier sollte er auch helfen. Naja gut, nicht so viel, ne? Ich muss die Leiche durchsuchen. Hm. Offenbar wurde er von einer Archerspur getötet. Ich muss die Leiche durchsuchen. Hm? Ich weiß es gerade nicht, wie hier von denen das ist. Wir gucken einfach mal alle an. Der Brief legt nahe, dass dieselbe Person hinter der Sabotage der beiden Weingüter steckt. Aber wer? Das werde ich jetzt wohl nicht mehr herausfinden. Verdammt. Schade. Äh, gut, weiter. Machen wir einmal. Über das ist schon mal abgeschlossen. Wir sind also für nichts und nichts hergekommen. Da vorne kann ich aber... Denk ich einmal kurz. Schnellreise. Begnügen. Wo war das noch? Ja, das ist doch ein bisschen sehr weit, um den selben Weg jetzt nochmal zurückzureiten. Soll ich hier... Ich bin mal auf der anderen Seite. Kann nicht einfach mal irgendwas da sein, wo man's... haben möchte. Hallo Todesfehe. So ein bisschen verpackt ist das hier, ne? Baby Yoda, Baby Baby Yoda, Baby Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Baby Baby Yoda, Baby Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Dann beenden wir die Quiz. Und dann würde ich sagen, geht's sogar bald mit etwa 14 los. Die überspringen einfach die BD. Aber ich glaube, Kaya kommt dort nicht mehr. Beziehungsweise wird mir das auch ein bisschen spät sonst. Noch geht die Müdigkeit zwar, aber... Hä? Kann sich in zwei, drei Stunden auch schon wieder ändern. Ich kenne mich. Hä? Zu dir weg oder nicht? Zu dir weg? Hallo Hexa. Neues aus Coronata? Ja. Du kannst den Betrieb wieder aufnehmen. Die Probleme sind gelöst. Ich danke dir. Vielleicht kann ich so den Bankrott vermeiden, wo Mathilda doch Belgard gekauft hat. Mein Licht wird nicht mehr sehr hell am Winzerhimmel strahlen. Ach, was bringt es über vergossenen Wein zu klagen? Ich muss an die Arbeit. Danke Hexa. Hier, der vereinbarte Lohn. Die Arbeit bleibt bestehen. So. Ne, warte. Das war jetzt so. Auf Wiederermarsch der Welt. Natürlich. So, 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 so. War hier nicht. Hier nicht irgendwo. Weitere Richtung. Weitere Ausgang. Der Ausgang da hinten. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Ja, da musst du was trinken. Aua. Und wieder komplett falsch gelaufen? Ne. Okay. So. Wir werden gleich die Christe ordentlich abschließen. Da könnt ihr nochmal meinen letzten Energy holen. Warte, dafür nehmen wir wieder Plötze. Wobei, ich glaube Plötze hängt da am Grab fest, oder? Halt! Ja. Ah, ne. Jetzt. Los, los! Plötze! Reite! Renn! 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 Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben, von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würde ich deine Hilfe gerne annehmen. Ja, ja, machen wir. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Wie schön. Dich schickt wirklich der Himmel. Bitte folge mir. Es gibt noch ein paar Formalitäten. Natürlich. Ich habe die Pause gerade zu 140 Fritzers verschenkt. Ich bin nicht dabei. Ich muss mich kurz mal bedanken. Okay. Ja, sehr schön. Aber wir müssen jetzt nicht ernsthaft wieder... Oh, nee. Boah. Wieder an fünf Stellen. Ja, gut. Okay. Das, 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 das mache ich jetzt so nicht mehr. Also. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das Eins haben wir davon schon erledigt. Okay. Ja. Naja. Ich habe schon wieder hin und her geredet. Nee, das machen wir beim nächsten Mal in Ruhe. Am Mittwoch. Nicht. Das wirkt so. Wirkt doch so, Daddl. So, dann hole ich jetzt einmal nochmal kurz meinen letzten Energy. Äh, komm, gehe ich da kurz in die Pause. Ich hätte euch sonst kurz kurz TV gemacht, aber, äh, ja. Ich, ich hole ganz kurz meinen. Das wirkt so, dann hole ich jetzt auch schon einen Launch , Yum, yum.